Im Himmel über dem Pilzpalast. Dies ist das Ende für Dich. Zeit für meine Hochzeit mit Pich. Bist du feifersüchtig, Mario? Zeit für Dich. Und damit willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Domtendo für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten. Und ab heute spielen wir Super Mario Odyssey. Ein Nintendo Switch Exklusivtitel, auf den die ganze Welt gewartet hat. Endlich wieder ein Mario 3D-Abenteuer. Und wenn ihr keine Destination unserer wunderbaren Reise verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich bin auf jeden Fall ultra gehypt und frage mich, wo Mario hier gelandet ist. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei Dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das Dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klarmachen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Huturms komme ich bestimmt dahin. Aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Hm. Wir kämpfen für dieselbe Sache, ne? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meiner Schwester und Prinzessin Peach aus der Klemme helfen können. Oh, komm mal! Nicht so Dein Stil? Hm. Wie wär's hiermit? Yeah! Nice! Kappi ist jetzt dein Begleiter! Epic! Bowser hat zwar Marios Mütze zerstört, aber Kappi kann eine ähnliche Form annehmen. Aber wisst ihr was? Für dieses Let's Play fehlt noch was! Ich hab's! Mein Kappi! Einen Moment! Hahahaha! Habe ich von der Gamescom 2017 und schon damals hatte ich geplant, den Greenscreen während diesem Projekt standardmäßig einzuführen. Also so ein erstes, richtiges, komplettes Greenscreen-Projekt Mario, was ist los mit dir? Und währenddessen diese Kappi aufzusetzen. Es bietet sich halt wirklich an, oder? Und außerdem kriege ich dann so ein richtig schönes Gefühl, als wäre ich selbst in dieser wunderbaren Welt. Ja, und man kann schon davon ausgehen, dass dieses Game wirklich ultra gut wird. Nicht nur, weil es ein, ja, Mario-Hauptteil ist und zudem eines der, ja, lang ersehntesten Mario-Spiele. Weil ein 3D-Abenteuer, das gab es lange nicht, wenn man jetzt mal Super Mario 3D World für die Nintendo Wii U auslässt. Das war zwar 3D, aber eben kein richtiges 3D Jump'n'Run, welches Mario in der Vergangenheit ausgemacht hat. Ja, mit richtigen Missionen, mit sammelbaren Power-Sternen, aber in diesem Fall sind es jetzt Power-Monden. Und genau das bekommen wir. Laut Shigeru Miyamoto, dem Mario-Erfinder, wird Super Mario Odyssey sogar wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Also eben nicht nur dieses bekannte Prinzip wieder aufgreifen mit den sammelbaren Gegenständen und den Missionen, sondern eben auch etwas anspruchsvoller sein als die letzten Mario-Games. Und darüber freue ich mich natürlich sehr, weil ich meine, einfache Mario-Games schön und gut, aber wenn es fordernd ist, macht es einfach noch mehr Spaß. Auch wenn man sich vielleicht mal aufregen sollte oder so. Ich hoffe jedoch, dass wir relativ gut durchkommen werden. Ich kann es aber nicht einschätzen. Ich habe natürlich schon ein bisschen was gespielt. Ja, ihr wisst ja alle, ich war schon mehrmals eingeladen. Oh, schönes Secret gefunden. In Frankfurt. Oder in der Gamescom auf einem Business-Termin. Ich habe schon einiges gesehen von diesem Spiel, aber jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen kann, ich kenne schon die Hälfte oder so. Ich würde sagen, ich kenne vielleicht 10% des Spiels, aber natürlich habe ich in den Kingdoms, die ich gezockt hatte, auch nicht alles gesammelt. Also, das hier wird immer noch zu einem ganz, ganz großen Teil ein Blind-Projekt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich dabei unterstützt, denn wir werden sehr viele Powermonde sammeln müssen. Ich weiß noch nicht einmal, wie viele es insgesamt gibt, aber es sind auf alle Fälle mehr als 500, wahrscheinlich sogar bei weitem mehr als 500. Und das ist schon eine Hausnummer. Ich meine, wenn man jetzt mal bedenkt, es gab maximal 242 Sterne in Super Mario Galaxy 2. Ja, das war wirklich die bislang allerhöchste Anzahl an sammelbarer Hauptgegenstände. Und ich finde allein dieses Detail, dass Mario so verrust ist, einfach nur genial. Nicht, dass ich mich daran erfreue, dass es so schmutzig ist, nein, nein. Aber das zeigt halt, mit wie viel Liebe zum Detail die Entwickler hier am Werke waren. Koizumi, einer der leitenden Producer des Games, hat ja auch schon einiges vorgestellt. Und das könnte sogar ein Problem sein, weil ich habe das Gefühl, man hat schon ziemlich viel von dem Game gesehen. In Trailern oder eben auch in Präsentationen. Wie viel Überraschung ist da wirklich noch vorhanden? Also zumindest was die spielbaren Welten angeht. Da bin ich selbst sehr gespannt. Ich selber kenne ja, ich glaube vier Kingdoms, also die ich jetzt angespielt habe, meine ich. Ich habe dieses hier kurz angezockt, aber da bin ich nur durchgerusht auf dem allerletzten, ähm, Review Event in Frankfurt. Also ich habe jetzt da nicht wirklich was gesehen. Ähm, was danach kommt, weiß ich tatsächlich auch nicht, weil das durften wir nicht spielen. Wir mussten uns dann entscheiden zwischen diesem Lunch in Kingdom, was auch schon auf der Gamescom vorgestellt wurde, und dem Küstenland, hieß es so? Ich glaube ja. Das war, hm, 1a. Ja, vor allem für Super Mario Sunshine Fans wird das Bombe. Ich weiß auch gar nichts zur Story. Also klar, Bowser will Peach heiraten, aber... Kriegt er das denn so einfach hin? Hm. Und wo will er das überhaupt tun? Er ist ja gerade mit einem Luftschiff unterwegs. Na ja, guck mal. Ähm. Möchte ich so einen Kistenstapel demolieren oder einen Fragezeichen-Glock wiederholt bearbeiten? Ja, drücke und halte einfach Y, um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Deine Kopfbedeckung schwebt für einen Moment vor dir und dreht sich dabei. Alles klar. Das ist ein neuer Move, den Mario am Start hat. Ähm. Und apropos Moves, die bekannten Moves sind alle am Start. Doppelsprung, Triple Jump, Seitwärts Jump. Wir können eine Stampfattacke, wir können auch so einen Stampfsprung. Wir können Cappy werfen und dann auf Cappy springen für einen noch weiteren Sprung. Und irgendwie kann man auch in der Luft einen Hechtsprung ausführen, genau so. Da weiß ich aber bis heute nicht, wie es geht. Ich drücke einfach drei verschiedene Knöpfe gleichzeitig. Ja. Ähm. Dann nehme ich mir mal Zeit, um das rauszufinden, wie da die Kombination ist. Ich glaube aber, es ist Z, R und A gleichzeitig drücken. Ja. So viel Zeit hatte ich jetzt auch noch nicht, um das rauszufinden. Werde ich mir, wie gesagt, noch nehmen. Ähm. Ob es darüber hinaus noch... Ui. Süß. Ob es darüber hinaus noch Moves gibt, keine Ahnung. Wobei doch, ich habe Aiden noch vergessen. Also neben dem Crouchen können wir noch rollen und uns so etwas schneller fortbewegen. Also das sollten so die Moves im Großen und Ganzen sein. Viele Bekannte dabei, aber auch viele neue. Ähm. Und ich hoffe, es ist euch recht, dass ich jetzt hier nicht einfach durchrasche, sondern mich auch wirklich umgucke. Ich möchte das Spiel ja zu 100% erkunden. Ähm. Das bedeutet aber nicht nur, dass wir jeden einzelnen Mond sammeln, sondern dass wir uns auch wirklich Zeit nehmen für die Welten. Ich schaue mir jeden Zentimeter an und selbst wenn mir das nur Münzen einbringen sollte, möchte ich gerne alle Secrets finden. Ich plane auch sehr, sehr viele Parts von diesem Projekt, äh, pro Tag hochzuladen. Das hängt aber natürlich auch davon ab, ob ihr da jetzt krass Bock drauf habt oder ob ihr euch sagt, ja, einer pro Tag, das reicht auch. Könnt ihr mir gerne schreiben, aber natürlich auch gerne liken, um zu zeigen, dass euch das hier gefällt. Würde mich natürlich mega unterstützen und gleichzeitig freuen, da ich glaube, ähm, dass ich jetzt keinen Real Life mehr besitzen werde. Ich werde das jetzt 24-7 durchzocken und nicht schlafen. Ähm. Aber ich glaube, so wird es euch auch ergehen. Ich kann das Spiel natürlich jetzt schon empfehlen. Also, von dem, was ich gesehen habe, das ist einfach nur mega krass. Wenn ihr einen Nintendo Switch besitzt oder sie noch holen wollt, dann ist Super Mario Odyssey wirklich der allererste Exklusivtitel, den man haben muss. Zelda Breath of the Wild kam ja auch für, äh, Wii U raus. Ähm. Daher sage ich Exklusivtitel. Ähm. Ja. Das, 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 das ist so krass. Das muss man einfach haben. Jetzt kommt ein neues Feature, das ich gleich mal hier vorstellen werde. Und zwar das Capturen. Und dann, wir können mit Cappy verschiedene Chars capturen und dann Besitz über diese ergreifen. Das, wir verfrachten uns sozusagen in deren Gehirn oder so. Die Frösche im Hintergrund. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall steuern wir jetzt einen Frosch. Und das können wir, glaube ich, mit jedem Gegner tun. Und mit vielen Charakteren, weil die Frösche sind ja keine Gegner, die sind ja lieb. Ne? Also gehe ich mal von aus. Und das ist so ziemlich das größte Feature von Super Mario Odyssey. Och, das ist so ein genialer Einfall. Du hast einen Frosch gekapert. Allein die Designs. Ne? Ihr habt es ja gerade gesehen. Mit Schnurrbart, mit Mütze. Einfach nur süß. Oh, und die Musik hat sich auch geändert. Ist jetzt so, so froschig. Oh, ist da ein Secret? Hm. Ich habe ja gesagt, wir suchen nach Secrets, also checken wir es ab. Bam. Bam. Okay. Ja, hier sind auf alle Fälle ein paar Münzen am Start. Und die Münzen sind in diesem Game tatsächlich endlich mal wichtig. Denn es gibt Shops, wo man sich, ähm, Kostüme kaufen kann. Mhm. Customization ist spätestens seit Zelda Breath of the Wild von Nintendo ein großes Ding. Und ähm, es gibt die typischen gelben Münzen, die man schon seit Urzeiten kennt. Aber in jedem Kingdom gibt es auch noch bestimmte lila Münzen. Und seltsamerweise haben wir bislang hier im Hutland noch keine einzige davon gefunden. Ich glaube aber, dass wir uns sowieso noch in einer Art Tutorial befinden. Und ich glaube, erst wenn wir dieses abgeschlossen haben, können wir das Hutland in seiner Gänze erkunden. Also gut, ähm, dann lege ich dann doch mal einen Zahn zu. Und versuche das so schnell wie möglich abzuhaken. Ich habe auch noch keinen einzigen Mond gesehen. Oh, aber ich sehe gerade da oben links an der Anzeige, wo die Münzenanzeige ist, da seht ihr auch einen Hut, einen, einen großen, äh, Hut. Und das sind dann wohl die Münzen vom Hut Kingdom. Also das Icon ist schon mal zu sehen. Das werden dann so lila Hutmünzen sein, nehme ich mal an. Und diese gelben kleinen Goombas, die sind echt putzig. Aber fragt mich nicht, warum die gelb sind. Es gibt auch die normalen Goombas, die ja eine typische braune Farbe aufweisen. Aber neuerdings eben auch die gelben. Ich nehme mal an, das sind die Babys, weil die sind etwas kleiner als die normalen. Wie dem auch sei. Egal. Ich habe sie alle umgebracht. Und wir können jederzeit natürlich auch den gekaperten Gegner verlassen. Die Drücken von ZR. Und so dann wieder Schatztruhen öffnen oder Kisten zerstören. Hier in diesem Fall gibt es jetzt sogar mehr Life. Was uns zu Gute kommen wird. Weil ich habe das Gefühl, dass gleich Action aufwartet. Ich meine, umsonst kriegen wir ja nicht die sechs Leben. Die sind allerdings auch nur temporär. Also wenn man häufig getroffen wird, dann sinkt das wieder auf drei maximal ab. Und ich finde es sehr cool, dass die ganzen Hütchengeister, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, aber es sieht so aus wie ein Hütchengeist, dass sie auch permanent zu uns sprechen. Wir sie aber nicht vorher mit A ansprechen müssen. Das ist insofern gut, weil der Spielfluss dadurch nicht gestoppt wird. Wir erfahren dennoch alles Wichtige. Oder auch Unwichtige, weil ich denke, die haben jetzt nicht allzu viel Relevantes zu sagen. Aber es macht die Welt halt lebendiger, ne? Und... Oh, ich hoffe meine Freundin da unten ist wohl auf. Siehste, das meinte ich. Das macht das Ganze lebendiger. Man kommt sich hier halt wirklich vor wie in einem richtigen Land mit Bewohnern, die gerade richtig verzweifelt sind, da ihr zuhause angegriffen wurde. Aber ja, wir sind da. Wir werden helfen. Und darf ich mal kurz anmerken, wie verdammt geil das Spiel aussieht. Es läuft zwar nur in 900p mit 60 Frames, aber es sieht trotzdem so bombastisch gut aus. Und was seid ihr für Knechte? Der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrwärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Bruderhals. Unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares. Glückliches Paar? Da habe ich wohl was verpasst. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg holen. Ihr habt sie wohl nicht alle. Wow, also er will tatsächlich Stress. Dann schauen wir doch erstmal, was der da macht. Aber wie es aussieht, läuft er dumm auf mich zu. Und mit Cappy können wir seine Hüte von seinem Kopf runterballern und dann anschließend auf ihn drauf springen, um ihm zu schaden. So, jetzt aufgepasst. Nicht von den Stacheln Hüten treffen lassen. Ich kann sie mit Cappy auch wegschleudern. Allerdings weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, da die dadurch kurzzeitig beschleunigt sind. Und ich möchte ganz gerne den ersten Bossfight in diesem Spiel ohne einen Gegentreffer schaffen. Ach, das war es doch schon! Na gut, dann passt es ja. Du kleiner Nichtsnutz, du kannst gar nichts. Aber hey, wo ist das Luftschiff hin? Hier geblieben! Beeindruckend. Jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Okay. Was ist das da hinten? Ist das die Hauptstadt des Hutlands? Oh! Und wie es aussieht, haben wir das Tutorial hinter uns gebracht. Dann kann ich euch ja nun offiziell zu Let's Play Super Mario Odyssey begrüßen. Oh! Und wir kommen direkt ins Kaskadenland. Zu den Fossilfällen. Eine Oberwelt gibt es nicht. Das erklärt vielleicht, warum es hier jetzt nahtlos weitergeht. Das ist auch ein Unterschied zu Super Mario 64 und Super Mario Sunshine beispielsweise. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte mich über eine Oberwelt gefreut. Aber okay, man kann natürlich nicht alles haben. So, und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wir können mit diesem Land auch noch beginnen. Was für ein Trip! Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es! Ah! Ich kann mir schon denken, welches Luftschiff das sein wird. Aber alter! Sieht das geil aus! Der schöne Regenbogen dort vorne. Der Triceratops ist es, glaube ich. Und diese hypende Musik, alter! Ah! Und hier haben wir die ersten lila Coins! Aber da wir uns jetzt in einem anderen Land befinden, sind es eben nicht die Hüte, sondern... Äh, ja. Weiß nicht. Irgendwas... ...aus der Steinzeit. Ich kenne dieses Zeichen aus, ähm... Oh, wie hieß denn die Serie? Mit Fred Feuerstein. Keine Ahnung. Vielleicht sollen das auch so... Reifen sein, so? Wobei es in der Steinzeit logischerweise keine Reifen gab. Naja, gut. Ich denke, das sind einfach so altertümliche Steinchen. Ist ja auch egal. Lass uns loslegen. Boah, alter! Die Musikhalb des Todes! Das ist der Wahnsinn! Und was ist das? Keine Ahnung. Können wir aber mit Cappy aktivieren. Und dann kurzzeitig eine Wolkenplattform erschaffen. Ja, ihr seht schon, es gibt 50 lila Münzen hier in dieser Welt. Ähm... Es gibt allerdings auch Kingdams... Was seid ihr denn für Viecher? Es gibt allerdings auch Kingdams, wo es ähm... 100 dieser lila Münzen gibt. Ich nehme mal an, die mit 100... Oh! Ein Easter Egg! Da war Katzen Mario. Aus 3D World. Na egal. Ähm... Die Welten mit 100 sind dann wahrscheinlich etwas größer... Als die mit 50. Macht auch Sinn, dass wir hier erstmal mit einer etwas kleineren Welt beginnen. Finde ich aber schade, dass die Kaskadenfälle... Ähm... Eine kleinere Welt sind. Weil die haben mich schon immer begeistert in den Trailern. Und das freut mich natürlich extremst, dass wir jetzt sogar mit diesem Kingdom sozusagen beginnen können nach dem Tutorial. Ah, in den Gräsern findet man offensichtlich immer wieder ein paar Goodies. Münzen, äh... Katzen Mario und auch Herzen. Ich würde aber vorschlagen, wir... ...würden jetzt einfach mal hier... ...krieg ich's auch mal hin... ...diesen Kettenhund capturen. Oh yeah! Wie gut das aussieht. Ich mag die Beschaffenheit. Ich mag die Beschaffenheit. Und auf einmal ist er lieb, ne? So, pass auf. Wir können jetzt... ...Anlauf nehmen... ...oder Druck aufbauen und dann... Zack! Boom! Da ist der erste Power-Mond! Die haben in jeder Welt eine andere Farbe. Hier, äh... ...im... ...Kaskadenland sind sie offensichtlich gelb! Yeah! Es gibt schwierige Monde, es gibt einfache Monde. Das werdet ihr alles noch merken. Also... ...einige sind mit Hauptquests verbunden. Andere findet man auf dieser Hauptquest. Mh... ...in dem man kleine Rätsel löst. Oder... ...was auch immer. Multimond hoch über dem Wasserfall lauert... ...äh...lautet die nächste Mission. Oha! Und da ist anscheinend schon der zweite Bossfight am Start. Alter, das Game geht richtig krass los. Oh, wir haben einen Power-Mond gefunden. Mit diesen Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Ähm...nö. Aber... ...ich freue mich natürlich über diesen Anblick. Du auch, Mario? Ah, das sieht alles so geil aus. Allerdings muss ich auch gestehen, bin ich ein bisschen traurig, dass die Sterne nicht am Start sind. Aber das... Oh! Siehste? Ich find so viel, das ist so geil. Aber ich bin ja auch der... ...Hardcore-Secret-Finder. Ähm... Ich glaube, dass das mit den Sternen eher... ...ein nostalgisches Gefühl ist. Weiß ich nicht. Ich bin halt so. Oh, und ich hab da noch was entdeckt. Eine Truhe! Aber da komm ich so einfach wohl nicht rein. Nö. Kann man den Kettenhund mitnehmen irgendwie ins Wasser? Beziehungsweise kann man seine Kette lösen? Weil der könnte mir den Weg doch mit Sicherheit freirammen. Wow! Ne. Scheint nicht zu gehen. Ne. Der bleibt da hängen. Okay. Dann müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Oder vielleicht gibt's ja auch einen versteckten Schalter hinter dem Wasserpfad. Apropos, da ist tatsächlich was. Weitere lila Coins. Oh! Und ein Gemälde. Welches allerdings nichts zeigt, seltsamerweise. Warum hängt denn hier ein leerer Bilderrahmen? Okay, normalerweise ist es so, ähm... Dass man hin und wieder mal Gemälde finden kann in einer Welt. Und diese dienen dann als Teleporter zu einer anderen Welt. Ähm... Aber ich glaube, hier geht das jetzt noch nicht. Weil man entweder irgendwas noch nicht freigeschaltet hat. Oder weil wir das Tutorial eben doch noch nicht komplett beendet haben. Denn wir haben ja noch gar nicht unser Raumschiff. Und das scheint hier zu sein. Die Odyssee. Da ist es. Genau hier nach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechten Zustand. Schlimmer als ich dachte sogar. Nun ja. Es ist ja auch ein altes Modell. Aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Aber warte. Ich will doch noch gar nicht gehen. Muss ich etwa? Das wäre schade. Ich habe eigentlich Bock, hier noch weiter zu machen. Aber gut, ich mache einfach mal, was er sagt. So. Und jetzt pumpen wir diesen Mond in die Odyssee. Und sie erhält etwas Kraft. Achso, aber es reicht noch nicht. Ja, stehe. Hm, was? Sie rührt sich nicht. Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Powermonde? Ja, aber natürlich. Ah, da steht es auch. Die Odyssee benötigt noch vier. Ah ja. Wahrscheinlich deshalb die Anzeige oben links. Die hat mich nämlich schon immer verwirrt. Auch während ich die Demos gespielt habe. Oder Livestreams geguckt habe. Oben links sind nämlich immer so gestriegelte Kreise eingeblendet. Und lange Zeit dachte man, dass das eine Anzeige dafür ist, wie viele Monde es in einer Welt gibt. Das stimmt aber nicht. Das habe ich nämlich auch schon rausgefunden. Moment, kann ich euch das kurz zeigen? Hat man darauf schon Zugriff? Ah ja, gutes Stichwort übrigens. Wir haben hier nämlich eine Karte. Und jede Halbzeitflagge, die wir aktivieren, dient als Teleportziel. Wir können jederzeit von Halbzeitflagge zu Halbzeitflagge traveln. Und haben natürlich auch einen mehr oder weniger guten Überblick über die Welt. Es sieht ein bisschen klein aus, wenn ich ehrlich sein soll. Aber vielleicht können wir die Welt ja noch erweitern, keine Ahnung. Was ich halt cool finde, ist die Tatsache, dass das Ganze hier so eine Art Broschüre ist. Ja, man kann hier noch einige interessante Details erfahren. Oh, da haben wir wohl einen kleinen Spoiler gerade. Tut mir leid, tut mir leid. Wir werden wohl eine Verwandlung bekommen. Aber gut, die kennt man ja auch schon aus den Trailern. Die Frage ist nur, ist das Teil des Tutorials oder kommt der T-Rex erst später? Ich finde es auf jeden Fall super gemacht, mega detailliert. Worum es mir jetzt aber ging, ist das da. Die Mondliste. Ah ja, siehste, wir haben schon Zugriff drauf. Und man kann sehen, es gibt 25 Monde im Kaskadenland und im Hutland. 17. Okay, wir müssen also später auf jeden Fall zurück zum Hutland und sowohl die Monde als auch die Hutmünzen sammeln. Aber gut, jetzt würde ich sagen, beenden wir erst einmal diesen allerersten Part Super Mario Odyssey. Ich hoffe, der Einschat hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir die restlichen Power Monde, die wir benötigen, um die Odyssee in Gang zu bringen, hier in Kaskadenland sammeln. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, wohin wir als nächstes sollen oder ob wir gar die Möglichkeit erhalten, uns das auszusuchen. Erfahrt es mit mir zusammen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und ciao! Bis zum nächsten Mal.